Wir fassen sie allesamt gleich. Achtet darauf, dass der Daumen auf dem geschlossenen Teil liegt. Wenn ihr merkt, dass das zu leicht sein sollte für eure Teilnehmer, dann geht ihr auf den Level 3. Achtet darauf, dass die Handgelenke gerade bleiben, aber durch den Anpressdruck der Japs aneinander, bleibt das automatisch ein Stück weit. Das Jap-Belt um die Ferse herum einmal zurück fixieren. Und wer mag, der kann die zweiten Japs dazunehmen und wir kombinieren alles zusammen. Brust, Beine, Bauch mit Butterfly und Sit-Up. Ich bin Christian von Jap Fitness und ich präsentiere euch heute das Jap Workout. Let's Jap!